Und weiter geht es hier bei Hyrule Warriors! Hilfe bist du für einer? Komm nur her du! Komm nur her! So Leute, der Verband ist auch noch irgendwo da vorne. Man sieht ihn zwar rechts oben auf der Minimap, aber natürlich noch nicht so richtig im Redive. Statt vor das meiste Alter. Ja, bevor wir das Kombo sammeln schon was drauf. Was macht denn der Verbannte hier oben? Tja, sowas geht nur hier bei Hyrule Warriors ganz ehrlich. Das geht in keinem anderen Spiel. Mal gucken, okay, ist er vorne irgendwo? Du du! Feuer, was machst du gegen ihn? Bist du wahnsinnig? Kann man schon! Wow, 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 wow! Wir schlagen, die ist gesund, können immer keine Prozent lang haben mehr, wow! Ja, Büro muss kommen, ich kann mir da durchaus was machen. Äh, boom, boom! Ja, Büro macht mit seinen normalen Attacke noch ziemlich viel Dampf, muss man zugeben. Was? War schon wieder? Bäh, bäh, bäh! Immer kann er nicht abhauen, wa? Höhere Etage, das geht nicht! Und fein ist das göttliche Schwer! Du du du! Alter, die Wand ist hier so klein! Also man ist... Alter, okay, ich muss weg hier! Jetzt auch wieder nichts. Also kann man zertäuschen, weil jetzt das Gefühl, dass er geschrumpft ist. Fertig ist das ja sein Sohn! Du du du! La la la! Oh man, die okay, die geht so richtig! Gas, man! So Büro, mal eine Kombination! Ich glaube, die Hand bringt hier nicht viel. Booms! Ah doch! Hilfe! Baum fällt! Oh, den Arschreiben ist auch nicht, wa? Ich glaube, das sind dann komplett down. Boah man, was soll das? Du musst nicht auswählen, stimmt! Ah, Hilfe! Ah, ich kriege schon, ich kriege schon! Nee, 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 das glaube ich eher weniger! Du 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 du! Wow! Und das ist der Superboomerang! Besiege den Verbanden! Ja, ja, kann mir schon! Und der rechte Fuss ist voll am Arsch! La 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 la! Aua, der Barsch! Wow! Und der Sau, man merkt's! Wum, wum, wumm! Oh, nicht schon wieder! Baum fällt! Wumm! Du, man ist noch viel zu schwach! Irgendwann einmal klein zu kriegen! Leider Gottes, wa? Hilfe! Er muss es aber trotzdem zugeben! Huroma hat was, hat so noch wenige Kombinationen drauf! Aber seine normale Schlagkombi die macht schon ordentlich was her! So ähnlich wie sie halt, wa? Mein Gegner schickst ihn in Luft nachher Bleibt eine Weile oben, wenn er wieder runterkommt schickst ihn nochmal hoch und so So dass ich ihn jetzt so ein Spiel finde! La 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 Bumm! Wuh, weg hier! Huroma! Der Verbannte, der ist übel! So scheisse übel! Du, 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 du! La 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 la! Du, 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 du! Oh, man! Das ist ja so eine geile Mucke! Das stimmt schon! Aua! Es tut doch weh! Ich hau ihn ab! Du, 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 du! Ey, alter! Es ist langsam genug, Mann! Du, 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 du! Kannst doch mal blocken, wa? Kannst du was blocken? Versuch's mal! Boah! Nicht viel! Zwei Zehn sind noch übel! Zwei Zehn sind noch übel! Kann man eigentlich Zehn im Hinterfuss haben? Na ja! Der Verbannte, der kann's halt! Und das wars jetzt aber! Alter! gelder vernichtet! Er wurde vernichtet! Ein für allemal, er kommt nie wieder zurück! Ja schön wär's! Gib mir mir das zurückgekehrt! Doch, nein! Muss das sein! Das hat mich schon mal unterschätzt! Wie eine Zauberin! Ich biete jemand meinen Diensten! Was? Echt jetzt? Wohl haben wir gewonnen Rude möglich zu lassen Welche Ratelosigkeit. Gegen Truppen des Vulkenhorts. Aha, wir sind raus. Vulken darf mir fliehen und es hat auf mich fallen. Wie und je also. Fight jetzt aus dem Hauptquartier der anderen zurück. Eine böse Haucher wurde uns sauber entdeckt. Das war die Eliminierung, wird dringlich empfohlen. Fight stärker geworden. Das ist natürlich Kacke für uns. So geil ist alles was sie zusammen hält. Ohne ihr wird der Stand leicht zu brechen sein. Bessige Fei. Ja, wer soll reinkommen? Wie Truppen des Vulkenhorts. Alter, die haben keine Truppen. Das gab es damals noch gar nicht. Hallo Fei. Hauptquartier der anderen. Ich glaube Fei ist ein bisschen zu stark. Momentan. Daneben. Oh, gar nicht gut. Okay, machen wir uns schon platt. Keine Sorgen. Ich schaff das schon. Wow, 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 wow. Ich würde mich nicht schwer anlegen. Ganz volle Idee von mir. Hau ab, Roma. Hau ab. Was macht ihr so stark? Hä? Hä? Was machen ist denn bloß? Das ist eine gute Frage. Ähm. Ich weiss was. Ich hab ne Idee. Fei nicht aus den Augen lassen. Dass ich mal die Dinger platt mache. Ein bisschen mehr Specialized dazu. Wo ist Fei jetzt überhaupt keine Ahnung. Ist auch egal. Guck mal, meine grosse Hand. Peace. Give me five. Schnürverstärkung. Mann, ey. Komm her, du. Ah, mein Gegner scheint nicht völlig umfähig zu sein. Mit Rengis. Wieso? Wer ist denn dort? Falls ihr hier drin? Wir sind schwachgekommen, aber gefährlich, wenn wir nicht ihre Festungen erobern. Give a him, ich komme schon. Ist geflohen einfach so, okay. Ich muss sagen, dass es mich überrascht. Da gehts ja ganz gut dem Give a him, Fuzzi. Da soll ich mal langsam mal einen Trank nehmen. Äh, ist ja nichts mehr, ist ja nichts mehr. So, jetzt. Doing, 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 doing. Ja, lecker. Ich bin der schwarze Zauberer. Ja. Der muss mir helfen, sofort. Was macht die denn, die Alte? Toll ist bereits, ja. Ich bin müde. Könnt doch schon den Rest. Ist klar. Was ist denn da oben los? Die Alte sind verstärkt, okay. Ich muss mich überraschen. Ich auch ein bisschen. Bei so vielen Truppen kein Wunder. Ja, dass sie alle geflohen sind. Sorry, give a him, ich komme gleich. Da wird noch was zu erledigen. Und da sind ein paar davon down. Und die haben auch noch, sehr schön. Fehlt noch einer? Jo, ein paar fehlen noch. Noch mehr Verstärkung. Alter, ihr macht Feiders. Torgium ist auch schon weg. Alter. Mit dir wahrscheinlich nicht länger meine Zeit. Tschüssi, Mann. Was machen die die ganze Zeit? Spamen, Spamen, Spamen. Like a King. Wahahahaha. Ja, warum hat's da drauf? Aber was bringt mir das? Vor allem bei stärken Gegnern? Bringt das nix. Nix. Herr Bombis. Nix. Na klar. Du willst erster sterben. Was? Kannst du gerne haben, Kumpel. Die Hügelruine droht zu fallen. Oh, das klingt gar nicht schön. So. Hört ja auch mal down. Du, 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 du. Ah, meine Mucke ist ein bisschen laut auf meinen Kopfhörern. Äh, ups. So, der falsche Pegel. So, jetzt aber. Dann wird's gleich viel epischer. Lalalala. Hügelruine. Noch mehr Verstärkung. Alter. Ich komm gar nicht mehr hinterher. Ich muss Files zuerst bleiben machen. War gar nicht anders. Volga ist hier. Okay, ich muss jetzt mal gucken, dass er nicht flieht oder so etwas. Als bereits Sia und Kiwi ihm abgehauen sind. Hey, glaub's ja nicht. Hab ja die Verfürchtung halt, dass Files nicht schwächer wird. Sprich, dass die Tupen immer stärker werden. Vor allem immer mehr werden. Natürlich. Doof ist da immer, äh, einfach nur einzelne Fesslinge obere. Statt dem. Hauptfeind zu besiegen. In den Feifeld. Dann fällt auch der ganze Widerstand. Das zumindest mal so zum Plan. Okay, wie gesagt. Der Volga ist jetzt hier. Das ist kein Problem. Statt der Tupen ist momentan keiner mehr. Es bleibt nur der Rückzug. Jo, sagen sie jetzt mal, wa? So, es muss reichen. Abzufei. Abzufei. Die Jungen salary. Ayayayayay. Und nun haben sie ja keine starken Gegner. Okay. Ich hoffe ich schaffe es noch irgendwie. Die Di 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 Di. Können wir mal ganz kurz vorpost nehmen. Oben, bringt zwar nicht viel. Ich weiss aber... Da sind auch zwei starke Typen da oben, wa? Ups, Entschuldigung, man ist falsch weg hier! Über die Brücke, über die Brücke! Was wollt denn ihr hier? Ok, dann noch ein paar Herzen, schnellen Rückzug, falls es nötig sein sollte, nehmen wir mit. Hm, wir hatten die Stellung hier, das ist gut. Jetzt kommt aber erstmal Fahai dran. Dann haben wir auch noch ein Herz, ok. Na schön, Fahai, wo bist du? Mann, Alter, ist nicht stark! Ich muss erstmal die Truppe mir platt machen, du du du, weil die mich sonst nur... Nee, er fällt! Wow, kommt noch ein bisschen dran nach hinten! Alles in der Hoffnung! In der grossen Hoffnung, mal irgendwie die... Die Magieleister voll zu kriegen, verdammt mich! Oh-oh! Gehen wir langsam zu schnell hier! Ja, übrigens jetzt müssen wir es so machen! Ok, Fahai ist die einzige hier, wie es aussieht. Hab ich noch Magietrunk oder so etwas? So, Fahai jetzt bis zum Arsch! Jetzt mach ich hier aber, Taulurase, Alter! Ja, wir haben es geschafft! Fahai ist bis ich, geil! Jetzt geht das Land in der Wolke, Mia! Ja, eigentlich ja immer, aber ist egal! Erlaubt mir diese Welt für euch zu beherrschen! Wahrscheinlich ein Kf. des Erreichendes Helm beträgt 100%, ich werde warten! Äh, erscheinen, Entschuldigung, haben einen Sprachfehler oder irgendeine Niederlage! Äh, oh Mann! Also Fahai hat zwar nicht viel ausgehalten, aber Alter, konnte ich Schaden zuteilen! War ja unnormal! Tja, wieder schwer muss man sein, wa? Öl! Bääll! Hat aber was! Richtig stylish! Der Dunkelfürst! Das soll der Kampf mit Peruma, alles klar! Materialbonus! Der blaue Ring, alles klar! Lichtbonus Epona! Ich muss unbedingt mal reiten, die Stuten, ich kann mich aber auch falsch verstehen... Okay, okay, okay! Okidoki! Tja und jetzt... RANELSCHLUT! Es geht noch weiter! Die schwarze Zauberin, das dunkle Herz... ...dudududududududududududu... Weil sie hatten ja schon mal zweimal und wohl gerade erst einmal war, natürlich ihr empfohlen Finsternis wäre. Kann man sagen, ein Kostüm mache diesmal ohne Hut und ohne Maske. Hat irgendwie auch noch was, wie ich finde. Wie sieht es denn eigentlich mit der Waffe aus? Hätte es denn irgendwie was geiles? Feindnisbonus? Ja, mal gucken, was ist mit dem Bazaar? Äh, so Bazaar. Die Waffenkamba, du 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 du. Das geht nicht, weil er das, aber eigentlich nichts wieder, wenn ich den mit dem hier kombiniere. Findenisbonus, er braucht hier einen zweiten Sockel. Einen freien Sockel braucht er dazu, ganz toll. Sie will nichts haben, er auch nichts. Link ist auch glücklich und zufrieden. Du 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 du. Ja ich meine, die haben ja eine Schuppe des Verbanden, also müsste ich eigentlich Feindnisbonus haben. Oh, Gondor vor allem. Du 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 du. Feindnisbonus, die will keine Schuppe des Verbanden haben. Da bin ich jetzt ein bisschen überrascht, unenttäuscht. So, ein bisschen mehr Angriff, Stahlmeisterknochen, alles klar, kriegst du die. Die Schuppe des Verbanden will kein Mensch haben, alles klaro. Tja, Trainingsraum, mach jetzt dann noch ein bisschen höheres Level. Mein Alter, das ist einfach nur scheisse übel, du du du. Na doch, mit ihm hier, mit Volga, hm, ich weiß nicht, der ist immer zu schwach und so. Ja doch, Sia. Mit Volga hab ich halt bessere Kombis drauf vor allem. Ach, Kombis war's in dem Volga, scheiss drauf, man hat etwas, was das Spiel nicht will. Spielt doch keine Rolle. Ja, auf dem Sieg hat's natürlich sehr schön, wenn's nicht drauf geht, wa? Okay, wir müssen also Gandalf besiegen, dann ist alles schlecht. Besiege Gandalf! Ich hab grad hier erfüllt, ach du Scheimkleister. Gein Gandalf, wieso? Zum Glück hab ich auch Volga genommen, weil mit Sia, also äh. Naja. Ja. Naja, was soll's, kann durchaus schlechter sein. Los geht's Leute, noch knapp zwei Minuten Zeit. Um uns zumindest mal, das Territorium zu sehen, waren wir auch schon dreimal. Ich werde die Macht des Trifors niemals überlassen. Muss doch nicht! Ich hab meinen eigenen Drachenpower. Achso, quatsch mit Gandalf. Das macht es zu viel für dich. Geh mal, sieh oben in der Festung. Was? Nein, ich bin schon nur dein Viecher. Ich bin der einzige hier, der Feuerspeit. Der Feind hat die Festung in meinen Ruinen niemals übernehmen. Kann er die Festung in meinen Ruinen, ja alles klar. Ja. Sia rückt vor. Ok, der Goma, ich sehe gerade auch. Äh, der Goma war natürlich Pfeiler. Ich nehme den Assenfeuer und nehme den Westen. Ahja, Westen-Westen ist immer gut. Hallo Goma! Was? Ich wollte doch kreiden! Mhhh! Ich bin so wenig Geschosse. So geht doch! Oh! Nicht mehr das, du hässliche Spinnen! Muss überhaupt das ja. Ja, die spielen ja was drauf, aua! Hier bin ich! Äh, wo ist hin? Wow! Und wieder mal erwischt man, und jetzt bist du entgültig dran! Das Teil lebt noch! Aber vielleicht klappt es trotzdem, man darf es natürlich rufen, wa? Verdammt, das lebt immer noch! Wow, was machen das Vieh wieder? Du kannst einen eigenen Verbündeten an, Goba! Hier geblieben! Alter! Hier bin ich, guck mal, mach das Eukern auf! Tja, ich wünsche mir ein bisschen mehr Schank gemacht! Oh, weg da, weg da! Oh man, der Kampf gegen Goma! Wird natürlich ziemlich einfach werden, so wie es aussieht zumindest! Aua! Einfach draufhauen, einfach draufhauen! Ja man, das ist die Power von Vulgar! Komm runter! Voll nicht zu früh, ich habe noch etwas für euch! Ach du Scheisse! Glanondorf, ist so wahnsinnig! Mein Handler momentiert als Hauptquartier! Ist doch noch mal ein Handler? Das ist ein Unkraut! Äh! Äh! Mach ich auch! Aber nicht mehr! Heute! Das war nächstes Mal! Hier bei Hyrule Warriors bis dahin! Tschau zusammen! Alter, Glanondorf, ey! Der meiste Übertreibung, wie immer! Bin wer jetzt nicht wahr! Abiktieren Sie Ahora.